Der Piero und der Fernand, die Fischer von San Juan, sind jung und sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt, heißt zu, sie sagt allen beiden zu, sie werden Rivalen sein, die zwei. Das Boot mit den beiden Fischen von San Juan, das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam, das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden, ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fische festergeben, wie nicht zum Fest gehör, ist eure Wahl. Das Boot trägt die beiden Fische von San Juan, dorthin, zu dem Fest der Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam, das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden, ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fische festergeben, wie nicht zum Fest gehör, ist eure Wahl. Das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam, das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Das Boot mit den beiden Fischen von San Juan. Untertitelung des ZDF, 2020